Ein historischer Tag, ein gespaltenes Land. Was kommt auf die USA und auf die internationale Politik zu? Jürgen Trittin sitzt für die Grünen im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Tag, Herr Trittin. Guten Morgen, guten Tag. Mit welchen Erwartungen blicken Sie auf diesen Tag? Ja, mit Sorge. Wir erleben, nachdem wir acht Jahre einer verbesserten Kooperation zwischen Europa und den USA erlebt haben unter Barack Obama, nach dem Unilateralismus von George W. Bush stehen wir nun vor einer Phase eines neuen, einseitigen Unilateralismus. Der ist nicht wertegetrieben, neokonservativ, sondern der ist schlicht und ergreifend ökonomisch. Wir laufen auf eine Situation zu, wo uns tatsächlich zwischen Europa und den USA ein Handelskrieg droht. Und vielleicht auch nicht nur ein Handelskrieg. Trump stellt ja alte Allianzen auch in Frage. Was kann das konkret auch für das deutsch-amerikanische Beziehungen bedeuten? Ich glaube erstmal, diese deutsch-amerikanischen Beziehungen, die bestanden ja mal auf zwei Pfeilern. Werte, damit hat Donald Trump es nicht so, und Interessen. Und die Interessen, die wir eigentlich geteilt haben bisher, war, dass wir Amerikaner wie Europäer der Auffassung sind, wir brauchen offene Märkte, wir brauchen ein Stück freien Handel. Genau das stellt Donald Trump in Frage. Er setzt auf Deregulierung im Finanzsektor. Das heißt, er schießt alle Erfahrungen, die man mit der Finanzkrise gemacht hat, in den Wind. Und auf der anderen Seite fährt er eine protektionistische Industriepolitik der Abschottung. Da muss man sagen, selbstverständlich verstehe ich, wenn Unternehmen wie BMW da zu Kreuze kriechen, weil die können ohne den US-Markt nicht sein. Umgekehrt gilt das aber auch. Auch US-Unternehmen werden ohne den größten Markt der Welt, und das ist die Europäische Union, nicht leben können. Und deswegen glaube ich, dass wir beidseitig auf eher ungemütliche Zeiten zusteuern. Und das gilt dann natürlich auch für die Außenpolitik. Nun ist aber Donald Trump ein gewählter Präsident demokratisch. Das heißt, man muss natürlich mit ihm umgehen. Wie kann man denn sozusagen ihn einbeziehen? Ich glaube, man muss mit ihm in ruhiger Bestimmtheit umgehen. Man wird ihm, Angela Merkel ist die Präsidentin der G20, also der größten Länder dieses Globus, wird ihm in aller Ruhe und Deutlichkeit klar machen müssen, was die Interessen Europas sind, was übrigens die Interessen vieler Schwellenländer sind. Was wir nicht mitmachen können und nicht mitmachen sollten, wäre zum Beispiel eine neue Konfrontation mit China. Viele in Europa glauben ja, naja, Trump führt zu einer Entspannung mit Russland. Das ist auch ein europäisches Interesse. Da kann man geteilter Meinung sein. Aber über eine Frage muss man sich klar sein. Er hat einen Hauptfeind. Und der Hauptfeind ist China. China ist der größte Gläubiger der USA. China ist der wichtigste Handelspartner für alle europäischen Unternehmen. Europa kann kein Interesse daran haben, sich dieser Feindbestimmung anzuschließen. Aber glauben Sie denn, dass sich Trump dafür interessiert, was europanamentlich auch Bundeskanzlerin Merkel zu sagen hat? Ich glaube, man wird es ihm sehr nachdrücklich beibringen müssen. Deswegen habe ich gesagt, wir sind in einer Situation, wo wir in ruhiger Bestimmtheit klar machen müssen, dass in einer globalisierten Welt nichts eine Einbahnstraße ist. Europa ist nicht Mexiko. Und das wird der Trump lernen müssen. Letzte Frage. Sehen Sie in diesem Machtwechsel hin zu Trump auch eine Chance, aus die ja manche schon sehen, dass man verkrustete Strukturen vielleicht auch aufbrechen kann, gerade in Bezug auf Russland? Ach, wissen Sie, alles, was man in Partnerschaft mit Russland erreichen kann, das haben Europäer praktiziert und vorgedacht. Da brauchen wir keinen Trump für. Ich glaube, Europa weiß sehr wohl, dass wir nur eine Zukunft haben, zusammen mit dem Nachbarn Russland. Der verschwindet ja nicht einfach, wenn wir ihn ignorieren. Da brauchen wir keinen Donald Trump für. Aber was heißt verkrustet? Verkrustet heißt doch offensichtlich, dass man sich jetzt anfängt, schlecht zu benehmen, dass man Minderheiten diskriminiert, dass man Völker und Religionen versucht auszugrenzen, dass man neue Grenzen hochzieht in den Gesellschaften und zwischen den Gesellschaften. All dies ist nicht neu. Es ist ziemlich old-fashioned. Wir kennen das eher aus den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dafür stand jetzt zuletzt Trump. Wir werden sehen, wie er als Präsident wirklich handelt. Vielen Dank für das Gespräch, Jürgen Trittin. Vielen Dank.